Jared, hier herrscht das reinste Chaos. Wo stehen wir? Es gab keine Welten mehr zu erobern. Shane? Shane? Tja, niemand kauft mehr CDOs oder Hypothekenanleihen. Alle wollen nur Swaps. Swaps sind jetzt das beliebteste Produkt auf der Straße. Das ist gut für uns. Ja und nein, ich hab von jemandem gehört, der von jemandem gehört hat. Nein, Alex? Nein. Entschuldigung. Benni Klieger von Morgen sollen mit seiner Anleihenabteilung schwere Verluste eingefahren haben. Es wäre eine gute Zeit, die Rettungsweste rauszuholen und von Bord zu gehen. Ich hab das Gefühl, als würde ich finanziell bei dir drinstecken. Ich bin spitz. Ich bin spitz, was sind die Titten? Gut. Fühlen Sie das? Nein. Ich bin spitz.